119. Er startet heute auch in der Klasse der über 50-jährigen Athleten. Ist allerdings heute leider der einzige Starter in dieser Klasse, der darum steht, dass ich auf der offenen Fitnessklasse, Herr Günther Grehm. Nächster Startnummer 120, Herr Konrad Jure. Nächster Startnummer 121, Herr Pötzkan Akkas. Nächster Startnummer 122, Herr Valentin Dambosi. Nächster Startnummer 126, Herr Chris Retzal. Nächster Startnummer 126, Herr Chris Retzal. Bitte eine vierte Drehung nach rechts. Noch eine vierte Drehung. Noch eine vierte Drehung. Hörn. Hörn. Ich darf Euch bitte ganz nach rechts zurück. Aller nach ein Stück. Das Licht ist überall gleich. Aller nach künft. Und Ihr Boot jetzt für Ihre Ohren auf dieser Seite. Doppelbizeps. Danke sehr, Latissimus. Danke sehr. Eine seitliche Bruchpose, jeder von seiner besseren Seite. Danke sehr. Bitte eine seitliche Trizepspose, jeder von seiner besseren Seite. Danke sehr. Nun von rückwärts. Doppelbizeps mit Wade. Danke sehr. Ladissimus bitte. Danke sehr. Danke sehr. Wieder von vorne. Bauch und Beine. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Ja, das reicht für einen schönen Ausblick. Danke sehr. Und mehr perfekt vorbereitetes Weisheit, dass die Mose-Maskular-Mose eingeträgt. Wieder finden, dass in den WFF-Klassen nicht gemacht wird. Entschuldigung, aber die Zuschauer wollten Sie bestimmt sehen. Und jetzt bitte auf die anderen Seite. Danke sehr. Danke sehr.